Könnt man bitte jemand meine Pflegerin rufen? Ich glaube, ich habe eingekackert. Also das ist kompletter Quatsch, das ist halt wirklich nichts wert. Dann nimm mal eben kurz die TPA an, oder? Ich komme mal ganz kurz zu deinem GS rüber. Hier, da habe ich. Äh, äh, Leute. Der Rentnerstock geht gar nicht. Ach, der Rentnerstock geht nicht. Ups. Weg, weg, weg. Soll ich es dir machen? Kannst du das? Ich glaube schon, dass sie das kann. Ich glaube schon, dass sie das kann. So war das jetzt nicht gemeint. Nö, nö, ist schon. Am Sonntag hat meine Frau Geburtstag. Endlich ist sie dann zwölf. Nein, Spaß. Ich bin auch einer, der beim Film immer mitredet. Ich bin einer von diesen ganz nervigen Menschen, die beim Film mitreden. Dreh dich doch um. Dreh dich doch um. Dreh dich doch um. Oh, andere. Na ja, klar bist du jetzt tot. Guck doch nach links, wenn von links das Geräusch kommt. Nicht nach rechts. Junge, wir hatten da Drehbuch geschrieben. Oh, da könnte ich mich aufregen. Wenn ich dumme Menschen empfinde. Wenn ich dich sehe, werde ich zu trümmern, da mein Schwanz brennt. Ja, da muss ich ehrlich sagen. Geht mir aber auch immer so, wenn ich abends im Spiegel. Vor allen Dingen, wenn ich abends im Spiegel meinen Schwanz angucke, Cormac. Warst du dieses Jahr im Urlaub? Ich brauche keinen Urlaub. Ich studiere. Ich habe jeden Tag Urlaub. Alfred, du denkst, siehst du aus? Siehst du aus? Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Und dann wird Android klären. Hey, hey, ich kann ja wohl Sachen ein... Und ja, Subano hat den kürzesten. Deswegen Werkstatt, Leute. Dafür ist er lang. Oh mein Gott, Freunde. Wir pranken einfach heute den Philipp. Oh mein Gott. Ich habe einfach den Prank schon vorbereitet. Wir werden jetzt einfach so tun, als würde ich mit dem Rauchen anfangen. Warum? stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wach. Nur das Traute singt heilige Nacht. Also warte mal, das war dein Loch hier, ne? Also. N. N. Okay. Was macht ihr da unten? Nichts nicht. Alles gut, alles gut. Wir bauen... Wir bauen euch alleine lassen. Subano, wie stehst du zu Fußbildern? Ich liebe Füsse. Oder ich mag's dir jetzt Offstream. Wie du willst. Excuse me, what the fuck. Schlimm war das früher, wenn du am... Wenn du am Hähnchenbratstand vorbeigelaufen bist und hattest ne Maske auf. Dieser Geruch von frischem Hähnchen. Ne halbe Stunde unter deiner Nase. Das war so gemein. Du bist dann so... Könnte es wahrscheinlich einfach nur eine Folge von Streamern machen, die sich von diesem Scheiß-Bang erschrecken, Alter. Here we go! Boah! Alter! Der Holz... Boah! Ja, gucken wir mal, aber müssen wir... Boah! Ich grüße dich. Wie war dein Wait... Äh, wie war dein Stream? Alter, bin ich blöd. Wie war dein Stream? AAAAAAAA! Alter, Homs, die entziehen irgendwo... Boah! ZAAA, Schell! Die hat dran ab! Sisslab bist du bescheuert! Zag, Grafix! Ich krieg ja einen Infarkt noch! Für... So sch- In jedem Fall! Oh, ey, ich krieg Kupfe davon... Mmh, 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 mmh... Gut, wir gehen nochmal... Oh mein Gott... Oh mein Gott... Äh, wo genau ist die... The fuck? AAH! Oh... Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020